Hallo und herzlich willkommen. Ich erkläre hier kurz ein Modell, das verständlich machen soll, was es mit der Unbestimmtheitsrelation in der Quantentheorie auf sich hat. Du solltest die Interferenzphänomene bei der Überlagerung von Wellen kennen, die Erklärung der akustischen Unschärfe, die Planck'scher Beziehung, die Debroulli-Wellenlänge und über die Quantelung elektromagnetischer Strahlung genauso wie über die Welleneigenschaften von Teilchen Bescheid wissen. Mit der Bestätigung der Hypothese des Wellencharakters von Teilchen und des Quanten- oder Teilchencharakters elektromagnetischer Wellen ergibt sich notwendig, dass man Modelle zur Beschreibung konstruieren muss, die kaum noch etwas mit unseren Alltagsvorstellungen verbindet. Eine schmale Brücke haben wir allenfalls mit der Vorstellung von Photonen genauso wie Elementarteilchen als sogenannte Wellenpakete, die man eigentlich Paketwellen oder auch Knotenwellen nennen müsste. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinem Problem. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com 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 www.sofatutor.com